Oh, ein Leben. Warum? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Subscriber Level Per Day. Frozen Waterfalls von Sintara Classic Ice Level mit einer Abschlussrate von 12,31%. Die sich aus 25 erfolgreichen von 203 Versuchen ergibt. Der Weltrekord liegt bei 34 Sekunden bei Mr. Toadie und, äh, ja. 70 Leute haben es gespielt. 12 Herzen hat es bekommen. Mal gucken, also optisch, wie gesagt, sind deine Level echt schon mal alle, ja. Wirklich gut aufeinander abgestimmt, das passt. Oh, beim letzten Mal mich beschwert und dann ist hier oben was. Was? Ein Drybone? Ein Drybone? Hier. Moment. Oh, ich hasse Eis. Ich hasse Eis. Oh, ein Leben. Warum? Hast du sie noch alle? Das war doch mehr als Beschiss. Ah, was? Oh, nein. Windböden oder wie, wie nennt man die am besten? Danke. Ha. Tornados? Schöne, faire Lebenverteilung. Die Münzen sind auch nicht platziert. Da oben könnte was sein. Aber was hat es hier halt mit diesen ganzen Türen auf sich, wenn es hier gar keine Schlüssel gibt? Oder vielleicht gibt es hier Schlüssel und ich bin einfach nur zu blöd. Da komme ich rein, wenn ich klein bin. Alter, ich... Keine Ahnung, was das für Hitboxen sind. Oh, THX und ein Herz. Okay. Ich stelle mich blöd an. Müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Aber optisch auch wieder super schön gemacht. Wirklich kein Ding. Aber ich bin echt zu blöd, um da durchzugrangen. Also... Ja, genau. So sollte das eigentlich beim letzten Mal laufen. Oder in der letzten Runde. Oder... Beim letzten durchspielen. Wo komme ich da hin? Achso, hier sind extra Türen. Achso. So, und jetzt ist der natürlich ganz woanders, ne? Ja, war klar. Egal. Oh, da oben wäre ein... Na, weiß gar nicht, war das ein Softlock? Da kommt trotzdem nur ein Pilz raus Power-Up. Also, ähm... Ein Power-Up, das sich sozusagen upgradet. Jetzt komme ich so ohne Probleme durch. Das ist irgendwie deprimierend, oder? Hm. Ja, also es lässt sich auch gut spielen. Klar, Eis ist halt jetzt ein bisschen rutschig und so weiter. Aber ansonsten... Kein Problem. Wirklich. Top. Was soll ich sagen? Macht Spaß. Freue ich mich auf weitere Level von dir. Sag bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Traut Rhein. Tschö, tschö. Toll рефur. Und ich bin ich da für. Not- Und ich bin ich da. Untertitelung des ZDF, 2020